Wir sind in der 44. Minute, wenn du jetzt die Mitte nicht verteidigst, dann endet Unicorns das Game. Da kommt nochmal ne Wolf von Eckers, der probiert hier den Push zu hinterbinden und die Minions werden abgeschnitten dadurch. Smart gemacht, die Minions müssen einen riesen Umweg laufen, jetzt sogar nochmal in Gratio. Jetzt kommt aus der Flanke Fett in das riesen Flank von ihm. Raptile im Fokus, der ist bereits rausgegangen, auch Scarface sehr weit vorne. Man wird sich nochmal hochheilen können, währenddessen Gadget dabei den Elder Drake zu Solo in SK. Versucht das Game zu kriegen und sie werden den Elder Drake bekommen. Die kommen dann nicht in Time-Range, Teleport sogar genutzt, aber Gadget hat den Elder Drake. Aber Gadget kommt ja nochmal weg, er flasht actually über die Wall. Oh mein Gott, der kommt raus, Elder Drake bei SK. Es war so smart von den Unicorns, aber dann noch viel smarter von Eckers, einfach die Minions mit der Wall zu interruppen. Damit die nötige Zeit für Gadget zu erkaufen und damit das Spiel noch unter ihre Kontrolle zu halten. Was für ein Krimi dieses Game.